Die Partner-Handwerker-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Johann Elzner, Chef des gleichnamigen Bauunternehmens in Sulzemos, ist Maurermeister, Hochbautechniker sowie Betriebswirt des Handwerks. Und dennoch ein bodenständiger Mann, für den Handschlagqualität nicht eine bloße Floskel ist. Kompetenz, Kostengenauigkeit und Termintreue sind für ihn mindestens ebenso wichtig wie ein hohes Qualitätsbewusstsein und der wertschätzende Umgang mit Kunden und Mitarbeitern. Der Erfolg gibt ihm Recht. Unzählige Projekte wurden bereits überregional zur vollsten Zufriedenheit seiner Auftraggeber abgewickelt. Ob Ein- oder Mehrfamilienhäuser, Kommunalgewerbe und Industriebauten oder Geschäftsräumlichkeiten. Von der Planung bis zur schlüsselfertigen Übergabe erfolgt alles aus einer Hand. Kein Wunder, dass der Betrieb stetig wächst, weshalb immer wieder neue Teammitglieder eingestellt werden. Johann Elzner Bauunternehmen Eine klare Empfehlung der Partnerhandwerker-Redaktion.